Hallo und herzlich willkommen hier zu einem Bewerbungsvideo sozusagen. Hi Jan, mein Name ist Marco und ich habe dich das erste Mal bei den Insanity Projects gehört, bei ihrem neuen Trailer und dachte erst mal, alter, was ist das denn für eine Kinostimme? Besonders bei dem Einleitungssatz, also wirklich großartig und gigantisch. Dann habe ich auf deinem Kanal vorbeigeschaut und habe gesehen, dass du Skripte schreibst und dazu eine Vertonung suchst. Das Ding ist jetzt allerdings schon drei Monate her, wo du es hochgeladen hast. Ich habe mir die Kommentare so ein bisschen angeguckt und habe da durchaus Interesse, wenn du noch jemanden suchen solltest. Da habe ich auch diesen Text hierher, das ist jetzt nur ein kleiner Abschnitt, wie du es sicherlich merkst. Und den würde ich jetzt einfach mal nachsynchronisieren. Vielleicht noch kurz zu meiner Person. Ich bin Marco, habe Mrode NT1A. Ich glaube, das müsstest du auch haben als Mikrofon. Und ich bekomme zurzeit viele Komplimente über meine Stimme, auch von einer Dozentin, die übrigens sehr streng und fachkompetent ist. Die hat mir mal neulich das Lob gemacht, dass ich echt eine super Stimme hätte und dass sie eigentlich nichts in der Altenpflege verloren hätte, sondern eher mehr beim Synchronsprechen, weil ich so eine voluminöse, kraftvolle, authentische Stimme hätte. Das habe ich auch von anderen Mitmenschen des Öfteren im letzten halben Jahr gehört. Und darauf bin ich auch wirklich stolz. Das hat mir jetzt erstmal so aus den Latschen gehauen. Und du bist ja auch so im Synchronsprechen tätig und kannst dazu vielleicht ein bisschen mehr sagen, ob ich was dazu tauge oder nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Ich kann auf jeden Fall in der Schule gut und frei vortragen. Das ist alles gar kein Problem. Die Leute hören mir auch aufmerksam zu. Und ich möchte jetzt einfach mal so ein Feedback von dir haben, ob du mich jetzt nimmst oder nicht. Ob ich wirklich das Zeug zum Synchronsprecher hätte oder nicht. Genau, vielleicht noch zu mir nochmal ganz kurz. Ich bin 21 Jahre alt und die Lehrerin meinte, dass es in vier, fünf Jahren deutlicher wird mit meiner Stimme. Ich weiß ja nicht, was du dazu meinst, aber ich würde einfach mal auf dein Feedback warten. Aber genug von mir als kleine Warnung. Ich habe ein bisschen viele Lesefehler, aber Übung macht den Meister. Ich hatte vor ein paar Tagen eine Geisteerscheinung. Da fragte mich doch so ein Gespenst nach meiner Meinung. Und ich sagte ganz einfach Nö. Ich sagte Nein. Ein Geist im Haus, das kann nicht sein. Meine Fantasie, sie verpasst mir einen derben Schreck. Hoffentlich ist das Gespenst bald wieder weg. Ich werde mir ein kleines Stückchen meiner Haut greifen und mir irgendwo ganz heftig in den Körper kneifen. An einer empfindlichen Stelle. Hauptsache es tut recht weh. Damit ich diese Erscheinung nicht mehr sehe. Gesagt, getan. Ich bereitete mir argen Schmerz. Doch der Geist blieb da. Das ist kein Scherz. Schon wieder stellte mir dieses Gespenst seine Fragen. Und langsam platzte mir der Kragen. Ich wusste nichts über den Tod und den Sinn des Lebens. Da fragte mich der Geist nun wirklich vergebens. Weiß ich, warum ein Mensch manchmal zu früh verstirbt und sich so sein ganzes Leben damit verdirbt? Ist meine Sanduhr eines Tages abgelaufen? So werde ich mir ganz einfach eine neue kaufen. Und wenn das nicht wirkt, was soll ich machen? Da werde ich den Tod ganz frech ins Gesicht hineinlachen. Ja, das kleine Wörtchen Exitus heißt nun mal. Es ist mit dem Lebensschluss. Gehe ich hinein, einst in das ach so helle, grelle Licht, dann geht es nach oben oder nach unten. Das weiß man nicht. Ähm, das weiß man leider vorher nicht. Diese Ungewissheit wird natürlich mit voller Absicht bezweckt. Denn so hat auch der Tod seinen Überraschungseffekt. Nein, ich glaube wirklich nicht daran, dass man doch ein sitzsames Leben in die Richtung beeinflussen kann. Da sitzt so ein Wesen und sieht die neuen Toten, wie sich heranschleichen und stellt dann schubs, ganz plötzlich seine Weichen. Der böse Mensch findet sich bei holden, blonden Engel wieder. Und der glaubwürdige Pferd mit Donnerhals am Teufel nieder. Doch wollen wir mal ganz ehrlich sein. Auch manch Gottesfürchtiger gehört wahrscheinlich in die Hölle hinein. Nicht einen Tag auf dem Pfade der Tugend verweilt. Doch einmal die Woche nach der Beichte wurde Absolution erteilt. So hat wohl möglich doch meist die Gerechtigkeit gesiegt, wenn die Weiche in die richtige Richtung liegt. Es lässt sich beim Ansehen schlecht unterscheiden zwischen dem Guten und Bösen. Wenn es gilt, zum Teufel zu jagen oder wen zu erlösen, ist der Weg nach unten dir auch nicht ganz geheuer. Denke daran, auch nach oben musst du erst mal durch das Fegefeuer. Dem Weichensteller sind alle diese Gedanken total egal. Er macht sich nicht einmal die Qual der Wahl. Stellt seine Weiche für arm und auch reich. Denn für ihn sind alle Menschen hier gleich. Doch hinter vorgehaltener Hand, da wurde schon gesprochen, es gäbe Leute, die hätten ihn bestochen. Ja, wie du gemerkt hast, habe ich hier ein paar Lesefehler drin gehabt. Aber wie schon gesagt, übermachte Meister. Ich habe noch nie synchronisiert. Ich habe jetzt versucht, das so ein bisschen zu betonen. Durch den Smalltalk am Anfang des Bewerbungsvideos hast du so einen Einblick bekommen, wie ich denn so frei spreche. Und hier hast du den Eindruck bekommen, wie ich mich denn so als Synchronsprecher machen würde oder wie ich mich da so anhöre. Ich freue mich auf dein Feedback und wünsche dir und euch anderen, die das Video noch ansehen, einen schönen Tag.